So, hallo miteinander. Einen wunderschönen Gruß aus Peru. Man sieht mich wahrscheinlich schlecht. Das liegt daran, dass jetzt Nacht ist, knapp 10 Uhr. Man sieht ein bisschen die Milchstraße und ich habe jetzt hier so ein kleines Fotoprojekt und ich habe mir gedacht, es ist lustig, euch das zu zeigen. Meine Kamera ist hier und da hinten ist mein Motorrad. Da hinten irgendwo sieht man jetzt nicht. Und ja, ich mache jetzt erstmal eine Langzeitberichtung. Das Gleiche mache ich bei meinem Funkauslöser. Und ja, da muss ich das Licht ausmachen. Dann geht es hier ab. So, jetzt zählt die Zeit. Das sieht man wahrscheinlich überhaupt nicht. Und naja, wenn es soweit ist, dann melde ich mich wieder. So, jetzt haben wir eine Minute und schalte ich ab. Die Lampe wieder anmachen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier rausgekommen ist. Und ja, das ist schon echt klasse. Also man sieht ja Wahnsinn. Also ich sehe das ja im Video schon. Wahnsinn, wie hier die Milchstraße rauskommt. Das war jetzt ISO 1000, Blende 3.5. Eine Minute Belichtung. Absoluter Hammer. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich mache mein Motorrad Lichthörner. Und ja, jetzt wird es hier lustig. Ich lichte jetzt 25 Sekunden. Und ich werde wie ein Trottel um mein Motorrad rennen mit der Lampe auf dem Kopf. Und wenn ich das richtig mache, dann müssten dem Motorrad so wie so zwei Lichthörner entstehen. So, dann geht es los. Stirnlampe auf den Kopf. 30, 25 Sekunden. Dann stelle ich auf Selbstauslöser. Und ab geht die Post. So, dann machen wir hier mal eine kleine Joggingrunde hier. Jeppa. Oh. So, jetzt sind wir auf 4.500 Meter. Das heißt, es läuft sich nicht so einfach. Aber es ist ja nur 30 Sekunden. So. Ich muss jetzt immer schauen, dass ich hier beim Motorrad um die Ecke piege, damit ich diesen Effekt erziele, wo ich hab'n bin. So. Ja. Wie lange ist es denn noch? Und ich gucke jetzt. Ich höre jetzt hin, wann die Kamera abschaltet. Jetzt hat's geklickt. Und dann gucken wir mal, ob das was geworden ist. Hier. Ah, mit der Stirnlampe ja blöd. Gucken wir mal. Das wollte ich haben. Genau diese Hörner. Und ja, jetzt mache ich noch eins. Setze mich hin. Auch für 30 Sekunden einfach hoch mit der Taschenlampe an der Stirn. Und ja, die drei Bilder, die füge ich dann im Photoshop zusammen. Da geht's ein bisschen mit Ebenen und Masken und sowas. Und ja, schauen wir mal, ob das was wird. Ich wünsche euch was. Ich mache jetzt noch ein paar mehr Fotos. Wahrscheinlich einfach nur die Stirne. Absolut unglaublich heute. Und mit dem bisschen Licht vom Vollmond kann man richtig gut spielen. Das muss ich ausnutzen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Mati. So, das ist Urlaub für mich. Hier meine Kamera. Ich mache gerade ein schönes Timelapse. Sonnenuntergang. Motorrad natürlich. Unglaubliche Weide. Saladio Juni. Das ist doch einfach nur der Hammer. Ja, gibt es uns walken? Просто fit über geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.